So, ich sage einmal Dankeschön, Bernd Hellenger, für das wunderbare Instrument von Medienstemmen und für das strebzome Interesse, etwas weiterzuentwickeln, was heute von vielen Wissenschaftlern nicht belegt werden kann. Deine Arbeit, Bernd, hat mir ein großes Stück weitergeholfen. Auch ich arbeite mit Deinem entwickelten System. Ich wünsche Dir, Deiner Frau und Dein Leben, viele, viele glückliche Stunden und schaffe weiter so. Ich danke Dir für dieses, was Du uns gegeben hast. Herzlichen Glückwunsch zum 85.